Hallo zusammen und herzlichen Willkommen. Wir machen heute wie immer am Mittwoch, auch dauert ungefähr 20 Minuten, eine Minute Übung und eine Minute Pause. Und natürlich können wir das mehr als eine Runde machen. Aber wir machen heute nur eine Runde zusammen und dann könnt ihr auch zu Hause mehr als eine Runde machen. Okay, viel Spaß damit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020